Toll, jetzt gibt's noch mein ganzes Geld aus und ich hab nichts. Da fällt's eine Mistgabel. Die Mistgabel ist besonders ländlich und gegen den Serben liebt aufgrund ihrer... Aldi ist 2... Oh, ich weiß nicht, ich hab 170. Lässt eine rote Paprika entstehen, die wie eine Mine bei Gegnern funktioniert. Oder wie Pilze bei Freunden. 71er Hieber, das ist ein Nahkampf. Ich kann dir... Ich kann dir Gold geben. Ich hab nichts gekauft, was ich wollte. Ich hab keine neue Armbrust leider. Ja, aber du kannst mir nicht genug geben, weil das, was ich hier freigeschaltet hab, vergiss es. Aldi, komm her. Nein, 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 lassen wir. Das einzige was ich... 64 Loot. Ich brauch 200, das ist das einzige, was ich freigeschaltet hab. Ich kauf mir jetzt einen Kreissäger. Ich hab jetzt einen Helm gekauft. Ich hab auch einen Helm und die neue Armbrust. Ich hab leider keine andere freigeschaltet, außer meine Vorschülerarmbrust. Ja. Ich hab eine Mütze hier. Ich hab ne schwere Pfanne. Ich hab mir noch nur dieses 205 Loots teure Nicht-Tischbein freigeschaltet. Der Rechtsklick von meiner Armbrust schießt drei Raketen ab, die bei Aufprall aus explodieren und grandios aussehen. Yeah. Und Henkersmaske. Ein gemeiner Feigling, wer sich hinter einer Maske versteckt. 12. Jahrhundert. Anonym. Chapeau. Chapeau. Bukana. Diverse Vorteile, er sieht gut aus, riecht eigentlich nach Fisch und er dient das Auffangbehältnis sollte einem schlecht werden. So, ich bin in einer Sekunde wieder da. Ja. Hilf mit mir nicht zu sehr. Ey, ich hab die Fähigkeit jetzt nicht mehr. Dabei kann ich im Shop jetzt nochmal wieder tauschen, was ich gekauft habe? Du kannst das auswischen, glaub ich, ja? Alles was du hast. Meine, äh, meine, ich hab meine Götterfähigkeit genau durchgelesen. Die Seele des letzten von der getöteten Monstern wird herbeigeschworen und zieht die Aufmerksamkeit aller Gegner eigentlich. Jetzt theoretische Rats nun bitte? Dann müssten wir ja theoretisch, wenn ich das mache, die Gegner komplett, äh, Dings. Komplett Dings? So, krass, Alter. So richtig, richtig komplett Dings. Ja, ich nehme von den anderen abhalten, damit wir uns die Dings befreiten. Ach, das ist das Götter für die Fähigkeit, da liegt der Fehler. Was hast du noch 3 Gold? Ich hab 4 und richtig, komm her. Komm her. Komm her. Oh. Äh, das war die falsche Tastel. Äh. Gleich, oder? Reicht perfekt. Warte, wenn du irgendwas hast, was du mit 59 machen kannst, keine Ahnung, würdest du das was dir gehen? Nein. Ja, eher nein. Ja, eher nein. Guck mal, das ist meine Spezialattacke, ich weiß gar nicht, was sie macht. Achtung. Das ist meine. 3, 2, 1. Cool, Kreissäge. Gut, jetzt waren wir nur auf Henne. Henne. I've got that sunshine. Oh Gott. Er hat seinen Ton laut. 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 Henne. Lass mich die Pfanne kaufen. Ja. Er hat, äh, 33 pro Heep. Und die beschwörte magisches Feuer, welches die Pfanne erhitzt und einen größeren Schadenbonus gibt. Auf, wer weiter auf geht's. Da. Waren wir hier nicht eben schon mal? Ja, sonst würde es hier ja nicht auch sein schon. Aber ne, eigentlich keiner von der anderen Seite. Ja, hier waren wir glaube ich auch schon. In dem Raum. Wir müssen jetzt irgendwo in eine andere Tür. Sag geradeaus. Hier ist eine Tür. Hier? Ich hab immer noch gar keinen Blöden. Auflaufen gewesen. Komm zurück in den Shop, hier ist noch eine Tür. So. Hier? Kommt den Shop zurück, ich weiß nicht mehr. Ja, da kommen wir aber her auch. Die da zurück, oder? Da waren wir doch, da waren wir doch auch schon. Nein, da, da, ja, aber da gibt's noch ne Tür, die nun nicht gehört. Aber da waren wir doch schon. Komm weg mir. Folge mir. Aber da waren wir doch schon. Hier ist noch ne Tür, ich hab's ja gefunden. Tobin hat sich geirrt, aber ich sag richtig. Ah, ok, ja, mit dem Hände glaube ich es. Schweine, echt? Schweine. Hey, der hat sich selbst gestunt, ja, der muss damit rechnen. Also hab ich immer noch kein Leben und brauch... Oh fuck. Oh, die macht, oh, die macht einfach 80 Schaden. Geiler Scheiß. Jo, bin direkt down. Hilfe. Oh, leck mich am Arsch. Hilfe. 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 Ja, wir kommen ja gleich. Hilfe. Hilfe. Ich bin nackter Mann mit der Maske auf. Mein Spezialattack macht einfach 179 Schaden innerhalb von äh... Oh, mein Problem ist jetzt, wenn ich meine Spezialattage starte, wird der startig und ich kann mich nie mehr bewegen, deswegen haben die mich eben erwischt. Wenn ich diese Raketen abschießen, wenn ich dann genau vor dem Binder mache die mich natürlich platt. Der hat doch auch nix mehr. Der hat beide. Was hast du denn? Manni, du hast grad 355 in 1 gegeben. Ja. Jetzt hab ich nen Level Up, ich will zurück zum Shop. Tu ihm weh, tu ihm weh, rettet mich, rettet mich. Level Up, ich will zum Shop. Gehen jetzt alle. Okay, für Martin geh ich mit. Selbstlos ist mein neues Motto. Na komm, na komm. Uhuu. Nein, da. Abend. Zurück zum Shop. Oh, he is the Julie fate! We are to save you. No, no no, no. No, 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 no. Ich habe wurzelt euch. Nee. Neue Ware ist eingetroffen, nicht genug Gold, 73 Aber der macht weniger Schaden Der Vorteil von Holzdolchen, die Splitter in den Handflächen Salzvertreib und für unendlicher Freude zu bleiben Ich nehm gern, ich nehm gern Ich bin bedürftig, ich bin bedürftig Bin immer noch bedürftig, bin immer noch bedürftig Bin immer noch bedürftig Bin immer noch bedürftig, bin immer noch bedürftig Generiert 16 Deutsche, die konzentriert von dir wegfliegen Ne, 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 wofür ist denn der, was bringt der Ist es eine Waffe, oder? Naja, das ist, äh, wo ist es denn? Sind wir denn da? Ich bin immer nahe Brot Es ist Ja, ja, es ist, äh Krach und Knall So gut wie neu, lediglich die üblichen Gebrauchsspuren, kein Import-Export Ah, aber ne, 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 halt deine Knarre ist ja mal dermaßen geil Ja, die sind super cool Kost 73 Kost 73, ich hab 46 Ich hab noch 3 Lass dir bitte mal, Martin, das Zeug machen Ne, warte, warte, meine Attacke ist die Achtung 56 Boah, Alter, Timo Bling, bling, bling Ich hätte nichts aufgenommen, keine Angst 61, jetzt haben wir es was Zweimal noch Und Bling, bling, bling Bling, bling, bling Kost 73 Kost 73 1,70 2 brauch ich noch Bling, bling, bling Bling, bling Ich dank dir herzlichst Ich hab schon mal keins schlafen Und jetzt immer den Pilz auf den Kopf werfen, während er zum Kopf rennt Jaaa Was ist das denn? Ach du Scheiße Gehen Jetzt beginnt die Sache interessant zu werden Äh, ja, jetzt bin ich der einzige der noch kein Upgrade für die Dings hat Für die, für die Schüssel Bei deinem kleinen Ding brauchst du auch keinen Upgrade Doch Das lohnt sich nicht Jetzt werden wir alle fleißig für dich sammeln Okay Ich mein, ich find Timo's Knarre immer noch cooler, weil Ketten, äh, 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 hier, Zahnräder, ja, hallo? Nochmal Mal ins Büchsel, vorne ist schon so im A Oh, oh, nee Geil Oh, noch level fertig Oh, fuck, ey Ich kriege ja jetzt schon einen Hoden-Einschluss Mh Soll er wirklich weitergehen? Ja Ja Es bleibt uns anders übrig Ich brauche nicht arbeiten, ich kann spielen bis zum Abwinken Wir sind schon, wir sind schon eine geile Truppe, so wie der aussieht Ja, ich wollt grad sagen, wir sehen scheiße aus Ja, ich hab kurz überlegt, ob ich mir ein Dolch, äh, so'n Spieß kaufe Aber mit der Armbrust komm ich irgendwie so ganz zurecht Ja, ich wollt mir jetzt auch die Dolche nicht holen, vor allem weil die allgemein schon weniger Schaden machen als die Armbrust Ich hab mir die Pfanne gekauft Ich hab mir die Pfanne gekauft Die hat mehrfach Die ist aber eigentlich ganz cool, finde ich, aber ich bleib auch lieber auf Distanz jetzt Hat sich bewährt Das ist auch stark Beware for Hände, sag ich immer Ich hoffe nur, dass es jetzt Level up irgendwann bekommt Bei mir stand eben im Menü, Monster zu stark, du zu schwach Kaufwaffe Kaufwaffe Na, ist egal Team, wenn wir am Ende die Waffe wieder upgrade haben, so hab ich immer noch die Standard-Scheiße Na klar, ich spiel da gerne mal upgrade Auf Oh, dass es weiter geht Oh, komm jetzt mal hier Ey, wo bleibst du denn? Da ging's nämlich weiter, da ging ich auch Doch, ist jetzt so Wenn wir zu 40, dann geht das noch Das Knall, bitte Oh, Ratten! Oh, das ist das! Explodierende Ratten! Oh, fuck! Uuuh Ja, wahnsinnig Boah, Alter! Uuh Pricon hat sich Justin einfallen lassen Aber die gehen relativ schnell down, also kannst du richtig gut aus der Wüstens wegschieben Hallo Julia! Hallo Julia! Hallo Hendrik! Hallo Julia! Gude! Timo, lass mich bitte einsammeln, dann kann ich mir gleich einschläge Waffen eventuell kaufen. Können wir diese Brunnen benutzen? Nein, ich meine die EP. Es soll alles liegen. Ich kann uns den auch hier aufnehmen. Kommt immer gleich. Cool. Ich bin kurz vor Level 4 und dann nicht zum Shop. Hoffe ich dann nicht gut. Ich bin gerade erst in Level 3 und du heulst hier oben. Ja, nein. Also kurz vor Level 4. Ja, nein. Ist schon mal ne Scheiß-Aussage. Krass. Genauso Scheiß-Aussage. Oh, was ist denn er? Woah. Geil. Geil. Richtig geil. Du bist ein bisschen retro, merkst du selber. Ich hab dafür gesorgt, dass alle seine Scheiße sind. Ja, ich bin dir sehr dankbar. Ich habe großen Spaß dran. Du hast ihn hart gewiggelt. Dann ist es. Wiggle, wiggle, wiggle. Ja, das klingt doch ungut. Woah! Nein! Alter! So eine Explosion macht One-Hit. Boah. Von den Scheiß-Ratten. Der hat mich erwischt. Der hat mich auch einer erwischt. Ich bin down. Ja, ich bin mit dir down. Nein, das darf jetzt nicht passieren. Was geht, Leute? Seid ihr mit mir down. Mit mir down. Oh, shit. Oh, leck mich am Arsch. Ah. Ja. Oh, Johnny. Aber hast du kein Gewicht? Wiggle, wiggle, wiggle. Ja, ich habe hier gerade einen Magier am Arsch. Alles gut, alles gut. Fuck. Alle weg, ich habe alle weg. Ja, okay, stark. Ja, das ist unser Team auch. Eier wie ein Goldfisch. Also diese neue Waffe ist neben dem Special Attack richtig geil. Drei Gegner auf einen einfach einfach mal locker weg. Volles Leben hat ihn noch. Ja, mein Special finde ich halt immer statisch, weil der sich dann hinsetzt. Und das ist halt ein ziemlicher Nachteil, wenn der Ratten auf dich zukommt. Wo waren die Türen? Ja, mein Special ist lustigerweise Fernkampfwaffe im Nahen nur gut. Das ist eine Schrotwinde. Ach. Ich werde trotzdem... Ich werde trotzdem stark gewinnen. Ich werde das zu meinen. Geh weiter? Hier durch? Ne, hier vorne. Wo wir hergekommen sind. Ich versorge mir meine Treffer-Coden-Statistik. Nichts, ich werde nicht mehr leben. T-Mir geht's nicht gut, mir geht's nicht gut, mir geht's auch scheiße, scheiße, geht's auch scheiße, geht's auch scheiße! Ihm geht's nicht gut, ihm geht's nicht gut, ihm geht's auch scheiße, scheiße! Wird's gegessen? Spitze gerissen. Ach, das ist nicht explodiert, ne Ratten. Critical Damage! ich bin gar nicht hier nein er hat mich einmal erwischt und ich bin weg es war gerade meine special weil ich im berserker ja es war ich habe aber mit drauf gefeuert gerade au wow was hart das besser das ist der letzte ja ich sag mal wenn es kundig ist der andere ich rechne das ist so schön wenn wir hier durchreiten es kommen irgendwann 30 stunden schwer gerollt Danke fürs Aufheben! Mich hat direkt wieder ein Hit getroffen und bin wieder umgekippt Hinter euch! Hinter euch! Nicht schon wieder! Ich will nicht wieder impfen Oh mein Gott das kostet mich jedes Mal 10 los Oh mich hat er auch wieder erwischt Hört auf mich aufzuheben Ich kann es nicht Maxi nicht hoch Er kriegt ihn nicht hoch So klein ist doch so viel Widerstand Ich bleib hier in der Ecke gehen alle weg Martin hinter dir ich seh das aus wie sich das entwickelt Ey das hat mir 30 Minuten gezotzelt jetzt Gut das es für guten Zweck ist Also spendet mir Ach das gibts doch nicht der trifft mich einmal und ich bin weg Was sind denn das für Viecher Was sind denn das für Viecher? Wie Timo sapft Wurm weg springt quasi Ich hab grad angriffen im zweiten Ich glaub ich darf es nicht überführen Ja das kannst du nicht überführen Ja das kannst du nicht überführen Sauber Yo Wir hatten da seinen Götikel Scheiß Ach egal wo ich hinkomme ruhig guck Wurm an Das ist ja wie im Badezimmer Die haben auch alle keine Hose Steht einer über dir und belebt dich wieder Guck dich nur mal So ist das nun mal hier Mhm Top Ach Gott selbst das haben wir auch gewusst Oh ne ich bin immer noch nicht Level 4 Ja Hier ist keiner Level 4 Ich bin Level tot Und können wir auch nicht so kaufen Nice Level tot wollte ich auch die ganze Zeit sein aber ich komm nicht hin Könnt mir die Gabel des Grauens für 91 kaufen Wenn du ne Gabel willst 48 keep it Willst du sparen noch weiter? Ich warte mich Level 4 Ich sparen noch Die Frage ist ob wir soweit kommen Hehehe Also wenn ich Hab ich denn noch? Ich hab jetzt fast Ich hab 191 Sein Ich hab 130 Das Typ Das Typ Ich habe für Ich hab heute ne Mistgabe für 200 Das ist aber ein Magic Ding Magic Stick He's a love, Doktor Wie was? Ja ich überleg ganz nicht Ob ich bin Gabel des Grauens kaufen soll Naja ich hab grad nix was ich mir noch kaufen könnte Geben wir weiter Die Beschreibung Die Mistgabe ist besonders in den ländlichen Gegenden sehr beliebt Aufgrund ihrer vielfältigen Einsatzmöglichkeit als Sexspielzeug Später wortwörtlich So Diese Gabel wurde selten zum Speisen genutzt Er hat zum Aufspießzustechen abgebrochen und Schlitzen So geht's weiter Ja Bleib ich halt noch bei meinem Standardbogen Schein sonst nischt Ich glaub in der Kreissäge ich lipp hier eigentlich grad voll Hekt bei nen Goblin ausm Osten Ich hab nischt Ich fühl früher auch nischt Dreiissäge meine Damen Der Zurück gell Also irgendwie sind wir hier falsch Jaja Ich bin schon wieder am Eingang Ooooooh ich hab grad voll die Kraft in der Schulter Schmerz Ich spür meinen Mausarm nicht mehr Was ist das für ne bescheuerte Special Fähigkeit Armschmerz. Kann man jemanden Giro... Kann man jemanden Giro-Praktiker verstehen? Warte mal, ich helfe dir. Warte mal, ich will dich gesund. Ah, ich hab Himmel am Arm. Ach du Scheiße, sie kommen. Der ist der Wind. Oh, tut der Armkreis weh. Alter, zieht das. Bin nicht mehr in dem Alter, um ein Bett zu zocken. Das geht nicht mehr, merke ich das. Warte mal, ich zieh die ganzen Mäuse zusammen. Wuh! Wuhuuu! Motherfucker! Take this, motherfucker! Eine Ratte sieht zu schlechten! Sie ist dunkel zu pimmeln und ewig zu wiggeln. Wickel die Ratten zu Tode! Ja, das ist geil. Oh mein Gott, ich hab ihn auf. Der schreit, Wickel die Ratten zu Tode! Das ist geil. Oh, level up, level up, level up, ich muss zum Shop. Alle wieder umdrehen, ladies. Back to the shop. Weil mir fehlt noch ein kleines bisschen. Ja, wir laufen beständig zum Shop. Ich bin nicht level 4. That's what she said. Weil wir fehlt ein kleines bisschen. Links geht's zum Shop, meine Herren, da wo das Schild ist.